Hörst du die Vögel zwitschern? Spürst du den Wind? Spürst du, wie klar und rein und kraftvoll eure Luft ist, der Himmel klar und rein ist, euer System, der Arbeitswelt still steht, ihr einmal durchatmen könnt, um zu beobachten und zu schauen, was euch gut tut, auf deinen Körper zu achten und in dich hinein zu spüren, was da in dir ist. Die Erde steht still, damit ihr erkennen könnt, in welcher Hast und in welcher Eile ihr bis jetzt durchs Leben gerast seid. Aber spürst du auch den Frieden und die Stille in dir, wie dein eigenes System heruntergefahren wird, um zu erkennen, was wichtig ist? Es werden sich die Arbeiten ändern, die Arbeitssituation ändern. Vieles wird jetzt geschaffen, damit du auch von zu Hause arbeiten kannst. Die Leute rücken auf anderer Ebene weiter zusammen. Auch wenn momentan die Umarmungen, das Besammensein der Gesellschaft fehlt, so ist es doch so, dass ihr anderweitig miteinander verbunden seid und ihr spüren könnt, wer unterstützt euch? Welche Leute? Welche Leute? Wie sind sie? Wie stehst du zu ihnen? Genieße auch die Zeit des Nichtstuns, des Zeit des Reduziertwerdens, damit du dich spüren kannst, um heil zu sein. Denn dein Körper ist heil und ist auf Gesundheit ausgerichtet und dein innerer Arzt arbeitet daran. Vertraue dir, vertraue mir, vertraue deinem Körper und deiner Seele.